Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um ein äußerst interessantes Thema, denn die Season 4 wurde jetzt nun angeteasert. Wir haben so circa eine Ahnung, was für eine Season das sein wird und ich werde euch hier alles in diesem Video erklären. Doch bevor das Video losgeht, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Partner Pigo Keys abchecken würdet. Da könnt ihr auf jeden Fall den Bangran Boogie Emote finden auf der Webseite. Und das Ding ist, Freunde, dieser Bangran Boogie Emote, den ihr auch gerade im Hintergrund sehen könnt, der bleibt absolut exklusiv. Man kann ihn nur für eine begrenzte Zeit einlösen. Ich glaube, zum Ende des Jahres kann man die Codes nicht mehr einlösen oder November oder so, irgendwie sowas um den Dreh. Da muss ich mich nochmal genauer informieren. Aber auf jeden Fall kann man die dann nicht mehr einlösen. Und das heißt für euch, schlagt dazu, solange die noch verfügbar sind. Und da kann ich euch nur raten, meinen Partner Pigo Keys abzuchecken. Seht ihr auch gerade im Hintergrund. Und hier könnt ihr draufgehen, euch das Ganze zulegen. Wäre auf jeden Fall eine korrekte Sache, denke ich mal. Ihr findet hier auch coole andere Sachen. Also schaut da gerne mal rein. Wäre auf jeden Fall mega cool. Nun gut, kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema des Videos. Und was da draußen in der Wildnis alles so passiert. Wir werden auf jeden Fall ganz kurz jetzt über den Battle Pass reden, Freunde. Der Battle Pass ist jetzt demnächst zu Ende. Kapitel 2 Season 3 geht bis zum 27. August. Das bedeutet ab heute sozusagen eine Woche beziehungsweise sechs Tage. Dann ist das Ganze schon fertig. Ihr seht, klar, ich habe meinen Battle Pass noch nicht auf komplett Maximum gelevelt. Das stimmt allerdings. Aber ich werde mein Bestes geben, um das Ganze auf Level 100 zu bringen. Ich werde höchstwahrscheinlich alle die ganzen Herausforderungen machen, die noch bei mir offen sind. Weil vertraut mir, Freunde, wie ihr sehen könnt, ich habe so einige Herausforderungen noch offen. Und die müsst ihr euch alle am besten nochmal durchgehen und fertig machen. Wenn ich alle fertig habe, sollte ich da auf jeden Fall schon ein hohes Level sein. Und den Rest muss ich mir dann dementsprechend leider freikaufen. Ich sage es euch, wie es ist, Freunde. Diese Season leider war ich gar nicht aktiv. Das ist mir einfach so davon geflogen. Die Season war auch sehr kurz. Was mich persönlich unnormal abfuckt, ist, dass jetzt aktuell kein Live-Event stattfinden wird. Das bedeutet, wir werden in Fortnite selber kein Live-Event haben, welches wir durchführen können und welches wir anschauen können oder sonst was. Es wird kein Live-Event kommen. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Meiner Meinung nach auf jeden Fall unnormal wack. Aber da könnt ihr nochmal eure Meinung dazu droppen. Wie ihr ja sicherlich wisst, Freunde, gibt es seit der neuen Kapitel 2 Seasons immer wieder so paar Marvel-Charakter. Beispielsweise Deadpool, jetzt Aquaman. Nun ist es so, dass jetzt die nächste Season komplett darauf aufbauen soll. Es soll eine komplette Geschichte aus Marvels kopiert werden und umgesetzt werden. Aber diesbezüglich switchen wir einmal rüber auf dem PC. Wir sind hier gerade bei dem offiziellen Fortnite-Twitter-Profil. Und sie haben hier gerade das gepostet. Das, meine Freunde, ist der Teaser. Wir können im Hintergrund einen Charakter sehen, den wir bereits durch die Comics schon sehen konnten. Am 27.08.2020 geht das Ganze aber auch schon los. Und an sich seht ihr ja hier unten, Freunde, da ist ein dickes, fettes Marvel. Warum? Marvel wird mit Fortnite kooperieren und es wird eine komplette Marvel-Season. Wie ich das finde, werde ich euch gleich nochmal erklären. Auf jeden Fall wurde hier bereits schon etwas dazu gesagt. Es werden auf jeden Fall Thor Point of Interest sein. Auch Marvel Point of Interest. Das bedeutet, aus dem bekannten Marvel-Film werden da, denke ich mal, ein paar Szenen zu sehen sein. Thor wird, wie gesagt, eine eigene Location haben. Und Thor wird auch der Skin sein, der diese Stil-Herausforderungen haben wird, mit dem man die freischaltet, denke ich mal. Dann steht hier, dass da ein Wolverine-Skin sein wird. Wolverine kennt ihr, denke ich mal, alle. Ob das genau so rauskommt, können wir natürlich nicht sagen. Dann steht hier, They also had a Pally with little banana clothes concept like to the Wolverine-Banana-Meme. Also, was steht hier? Es steht, dass hier so eine Banane rauskommen soll. Also, so ein Bananen-Skin, der kleine Mini-Bananen als Klingen hat. An den Händen, sozusagen, soll das Wolverine darstellen. Und das soll auf jeden Fall auch reinkommen. Außerdem, Comic-Books, Pages will be found and collected in the map. Also, Freunde, Comic-Book. Ihr wisst, denke ich mal, es ist ein Comic-Heftchen halt. Und ihr sollt jetzt Seiten sammeln können, ingame. Und könnt dann am Ende ein komplettes Comic-Buch vervollständigen. Und ich sag's euch, wie es ist, Freunde, die meisten aus der Community sind etwas enttäuscht. Ich auch. Also, ich finde auch, dass das hier nichts wirklich mit Fortnite zu tun hat. Alles schön und gut. Die ganz kleinen Marvel-Kollaboros haben jedem gefallen. Aber man braucht es nicht zu übertreiben. Nur weil es den Leuten gefallen hat, muss man ja jetzt nicht hingehen und muss das komplett überziehen. So, oder überreizen. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen finde ich schon schade, dass Epic Games nun tatsächlich den Weg einschlägt. Und eine komplette Kooperation mit Marvel macht. Ich stelle mir das Ganze leider nicht gut genug vor für uns. Ich denke, dass es wack sein könnte. Aber wir warten da am besten ab. Ich will nicht zu viel sagen. Ich will nicht zu viel rumheulen oder sonst was. Denn die Sachen, die hier geschrieben werden, klingen schon gut. Nur das Ding ist, Freunde, das hat irgendwann dann nichts mehr mit Fortnite zu tun. Sondern es ist ein komplettes Marvel-Spiel oder so. Und das wollen wir ja nicht. Das will keiner hier. Jeder will weiterhin in den Battle Pass reingehen und will nicht nur Marvel-Skins sehen, sondern will auch mal so exklusive... Oder nur von Fortnite-designte Skins haben. Es ist, wie es ist. Also sowas in der Art, Freunde, wird es dann dementsprechend halt nicht geben. Und genau das ist das Problem. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall nicht zu viel von Marvel in Fortnite reingebracht wird. Wenn die Geschichten und die Geschehnisse von Marvel übernommen werden, dann ist das natürlich krass. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Sagen wir mal so, Freunde, Thor wird irgendwas zu tun haben mit der Story. Geil, feiere ich. Aber es ist zu viel. Es darf nicht zu viel eben von dem allem sein. Es muss einen guten Mix haben. Auch Aquaman war ein bisschen zu viel. Nur ein klitzekleines bisschen. Das Ding ist aber, Freunde, Aquaman hat halt in diese Season reingepasst. Das war nicht auf Krampf, so wisst ihr, wie ich meine. Die Map war überschwommen worden. Und dass dann halt der Atlantis und so dabei ist. Plus halt ein Aquaman war vollkommen legit und vollkommen in Ordnung. Das war nicht zu viel, nicht zu wenig. Es gab nur einen Ort, der mit ihm etwas zu tun hatte. Alle anderen waren halt ganz normal Fortnite, wie man es natürlich auch kennt. Aber wenn die schon dick und fett schreiben, dass Marvel halt jetzt mit Fortnite zusammenarbeiten wird, dann denke ich mal, dass das nicht so gut sein wird. Oder wir nicht so viel davon erwarten können oder sonst was. Der Riss ist ja auch ursprünglich da gewesen. Jeder dachte, geil, Live-Event. By the way, Baba Glider hier an der Stelle, Freunde. Man sieht alles, würde ich sagen. Aber, naja, nun gut, zurück zum Thema. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine, Freunde. Ich denke mal, dass die meisten von euch das Ganze auch so sehen. Ihr könnt gerne eure Meinungen unten in die Kommentare reinschreiben. Aber ich stehe immer noch dazu. Ich finde, dass es mittlerweile ein bisschen zu viel Marvel wird. Da sollten sie bitte ein bisschen noch zurückschalten. Und ich hoffe, dass uns die neue Season nicht enttäuscht. Aber ich denke, dass es sehr schwierig wird, Freunde. Das wird sehr schwierig, uns nicht zu enttäuschen. Weil alles, was die jetzt machen, denke ich mal, dass die Leute es absolut einfach aus Prinzip zu Tode haten werden. Aber nun gut, Freunde. Das werden wir besprechen, wenn es soweit ist. Das an der Stelle soll es mal mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch doch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreibt eure Meinungen unten in die Kommentare. Checkt meinen Partner Pego Keys ab für günstige Game Keys. Und dann bin ich raus von der Vion und zum nächsten Video. Haut rein, geht in den Flow, euer Fraps. Und ciao.